Wie soll diese Scharfschaltung, Sie sagen ja, man soll dann erst diese Impfpflicht scharfschalten, wenn sie nötig ist. Ist das dann nicht viel zu spät? Wir müssen uns... Alles okay? Alles okay? Ich glaube, wir sollten abbrechen. Wir machen an dieser Stelle hier weiter. Sie haben es gesehen, der Kollege Pfeffer in Berlin geht es nicht ganz so gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.